Hallo, liebe Tiefsgefreunde, zu einer neuen Ausgabe von Railway Empire 2, auf der USA-Karte sind wir unterwegs, und zwar Richtung Südosten hier, und wir werden jetzt die nächsten Bahnhöfe anschließen, und zwar Durham zum Beispiel. Oh, falsch, bitte hier hinten, ja. Dann schiebe ich da noch ein Depot hin. Genau. Dann machen wir hier den Bahnhof hin, passt gerade super rein, und das selber in Charlotte, auch klar. So, hier. Hallo? 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 Okay. Gut. Ist das schon mal am Laufen hier? und zwar einmal dahin und dahin dann noch vor geht nicht schlecht na ja genau hier so ist fein und und genau perfekt der erste zug läuft warum kann man kein zug bauen von ach so weil die verbindung fehlt hier ne genau hier fehlt die verbindung das ist so toll muss man gleich ändern Genau, wunderbar und jetzt können wir nämlich einen Zug bauen von Norfolk nach Dannen. Okay. Ähm, ja, wir machen hier rüber eine Verbindung und das geht, ja, geht, ein Big-Click. So, perfekt, gut. Dann dürfen wir jetzt nicht aufhören hier, denn wir brauchen ja noch Fleisch und Mais, damit die Städte hier gepusht werden. Ja, ihr seht das ja, die anderen drei, von letztes Mal sind es am wachsen, das ist gut. Ähm, deshalb geht es jetzt hier gleich weiter. Was? Moment, so. Ja, und wir möchten. Hm. Hm. Das war's für heute. Ich will doch einen Badenhof. Genau. Wunderbar. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 züge im kreis fahren können aber nicht oder jetzt brauche ich mal den zug der hier von genau Bicklick den nennen wir hier der fährt nämlich jetzt weiter nach charlotte Wilmington Norfolk genau genau so läuft es und dann Bicklick und dann haben wir noch einen Zug der das Fleisch verteilt Wilmington charlotte so ähm genau ne ne wo ist mein Fehler Wilmington dazwischen bitte so so ist fein genau wunderbar wo muss man ein bisschen erhöhen vielleicht output so ok dauert noch ein bisschen aber der Spiel wächst jetzt ein bisschen mal sehr gut das ist schön gut dann geht es weiter Richtung Süden und zwar ja Milch war das nächste ne was fällt denen jetzt noch zum Wachsen? Getreide naja stimmt genau das habe ich noch nicht gemacht Holz der Wilmington und Getreide stimmt diese Sachen guck ich noch und dann sind wir eigentlich auch da gut am Wachsen überall so so ja wir bauen dann weiter nach Atlanta natürlich ist auch klar Charleston Augusta und zweit und so fort und dann noch mal ein bahnhof ist besser gleich zwei sachen auf einmal mit und zwar die milch auf jeden fall und 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 Warte mal, wir müssen das anders machen. Falsche Richtung, da muss man, genau, geht wieder nicht, nee, was ist hier los? Warte mal, wir müssen das. Der will mich nicht bauen lassen, warum nicht? Jetzt. Genau, und dann geht es hier weiter. Und dann machen wir hier jetzt den Turm hin. Sieht ein bisschen komisch aus, aber ja. Und dann geht's. Und dann geht's. So, Zugschläge. Geht nicht, wummig. Und dann geht's. Und dann geht's. Nee, 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 noch nicht. Charlotte. Und dann geht's. Das ist falsch. Du musst da hin, Bruder. So einspurig, was ist da los? Oh, da ist ein Fehler. Ja, jetzt muss es stimmen. Hymnigen wächst immer noch nicht so ganz, wenn das Getreide noch nicht ankommt anscheinend. Hm, jetzt, sehr gut. Okay, was haben wir da oben für ein Problem? Wassermangel oder was? Oh, das ist okay. Das passt auch wunderbar. Ja, wir müssen weitermachen. Memphis freut sich. Oh, die sind schon gewachsen. Wie? Industrie. Industrie als nächstes. Okay, jetzt nehmen wir die ganze Industrie. Hmm. Amen. Okay, dann machen wir weiter mit Atlanta. Genau. Und zwar so. Oh, ah, Käse. Ähm, Moment, stop. Dann wollen wir gleich noch, bitte, in Restaurant hin. Halt. Den nehmen wir auch noch mit. So, und jetzt die Verbindung hoch. So, und jetzt die Verbindung hoch. So, und jetzt die Verbindung hoch. Die kommen. Genau. So gut. So, und jetzt die Verbindung hoch. So, und jetzt die Verbindung hoch, und jetzt die Verbindung hoch. So, das passt. Ach, Charlotte, Zug. Auf jeden Fall. Dann brauchen wir noch einen hier für Wolle und Milch. Und? Natürlich müssen wir das noch mal anschließen. Ans Netz. Ans Ganze hier oben. Auch klar. Viele. Aber案 Downloadable, So, das passt auch soweit. Ich hätte gerne hier eine Abzweigung. Und hier rüber. Das geht. Geht das nicht. Ah, Mann. Geht das anders machen. Geht das nicht. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Tschüss!